Hybride Stromversorgung mit dem modularen LED-Beleuchtungssystem. Ein innovatives Außenbeleuchtungssystem mit flexibler Energieversorgung durch Solarenergie oder Strom. Wähle deine Favoriten aus dem vielseitigen Portfolio. Die Montage erfolgt schnell und einfach, ganz ohne Werkzeug. Wähle zunächst die Stromversorgung. Das System kann entweder über ein Solarpaneel, einen Trafo oder beides in Kombination mit Strom betrieben werden. Wähle und montiere die Leuchten ganz nach deinem Geschmack und deinem Außenbereich. Bodeneinbauleuchten, Spots mit Erdspieß und Kugelleuchte. Wegeleuchten. Stecke die Produkte einfach mit den Steckverbindern zusammen. Kombiniere beliebig viele Leuchten mit einer maximalen Leistung von 24 Watt. Und schließe sie an die gewählte Stromquelle an. Nur drei Schritte zum fertigen Hybridsystem. Erstens Stromversorgung wählen. Zweitens Kabel anschließen. Drittens Leuchten wählen. Wenn die Batterie des Solarpaneels leer ist, schaltet das System automatisch auf Netzstrom um, sofern dieser angeschlossen ist. Das System ist sicher für Mensch und Tier, da es mit Niederspannung arbeitet. Bring Licht in deine Nächte. Mit gleichmäßiger, brillanter und nachhaltiger Beleuchtung von LEDVANCE. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017